Also wir generell in Vorarlberg und speziell auch aus Vorarlberger Skiverband sind sehr stark mit dem Winter Tourismus verbunden, sind sehr stark mit der Sportindustrie verbunden und natürlich für uns eine ganz große Rolle spielt immer die Seilbahner und der ganze Gästetourismus, weil wir würden uns sehr, sehr schwer tun, überhaupt Spitzensport finanzieren zu können, wenn wir nicht aus dieser Richtung auch unterstützt würden. Und somit ist es natürlich für uns eine große Sache immer, bei solchen Veranstaltungen dabei sein zu dürfen und es war für mich speziell heute eine große Ehre, am 50. Interalpin-Golfturnier, denke ich, oder die 50 Jahre Interalpin dabei sein zu können und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche natürlich allen hier, und hier sind so viele Vertreter, die diesen Wintersport pushen und unterstützen und fördern und tragen. Alles, alles Gute und wir werden unseren Teil aus Leistungssportler dazu beitragen.